Musik Musik Keine Nation der Erde setzt bei ihrer Stromversorgung so sehr auf die unheilvolle Atomenergie wie Frankreich. Es gibt landesweit ganze 58 Reaktoren für die 66 Millionen Einwohner. Erst danach kommen Japan mit 54 Reaktoren auf 127 Millionen Bewohner und die USA mit 104 Reaktoren für 390 Millionen Einwohner. Außerdem besitzt Frankreichs Armee als einzige in Europa noch Brieftauben. Sie werden in der Festung Mont Valerain nahe Paris gehalten und sollen bei einer unerwarteten Katastrophe die Kommunikation des Militärs sicherstellen. Zum Beispiel bei einem atomaren Supergau. Musik Die Partei für Europa reicht es. Musik 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 Schifst Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020